Wer soll eigentlich in Werthofen aus ihrer Sicht diesen Carsharing-Verein nutzen? An sich jeder, der jetzt ein privates Auto hat, kann den Carsharing-Verein nutzen, Autofair kaufen, beim Carsharing-Verein mitmachen. Momentan am Anfang prädestinierten sind Zweitautobenutzer, die die hohen Kosten des Zweitautos nicht tragen wollen. Aktuell haben wir 23 Mitglieder. Wir sind auf der Suche nach weiteren Mitgliedern, um unser Ziel weiter verfolgen zu können, noch mehr Autos in Werthofen zu haben. Das Carsharing-Auto zu nutzen und Mitglied vom Verein zu werden, ist simpel und einfach. Mitgliederformular ausfüllen und schon ist man Mitglied beim Verein. Sobald du Mitglied bist, kannst du einfach online über PC oder Handy ein Auto buchen. Für die Buchungsplattform bekommst du die Zugangsdaten zugeschickt. Du wählst einfach Uhrzeit und Datum aus, wann du das Auto brauchst und definierst gegebenenfalls auch eine Mitfahrgelegenheit. Und schon ist die Reservierung abgeschlossen. Eine Viertelstunde vor der Fahrt kann das Auto aufgesperrt und dann bei Beginn der Buchung losgefahren werden. Alles was du tun musst, ist mit der Carsharing-Karte das Auto zu öffnen und mit dem im Auto hinterlegten Schlüssel das Auto zu starten. Gute Fahrt! Warum haben Sie sich eigentlich dafür entschieden, zu so einem Verein zu gehen? Also ich habe mich darum entschieden, weil zum Beispiel habe ich irgendwann einmal durchgerechnet, was mir der in der Stunde kostet und bin draufgekommen, dass es die Stehzeit sehr teuer ist. Und die Stehzeit, die sehr teuer ist, wollte ich einfach wegkommen. So habe ich es Auto verkauft, habe ich ein kleines gekauft, was wesentlich kostengünstiger ist. Nur das Carsharing-Werthoven aus dem Grund unterstützt, weil ich habe, wie das in Werthoven eine sinnvolle Sache zustande kommt. Bei mir war es so, ich habe ein eigenes Auto, mein Sohn ist zu mir gezogen, der braucht Auto zum Arbeitfahren. Und jetzt war die Frage, ob wir ein zweites Auto anschaffen und gerade in diesem Moment oder in dieser Zeit ist dieser Carsharing-Verein in Werthoven gegründet worden und für mich war das voll günstig. Und ich borg mir es jetzt aus, wenn mein eigenes Auto besetzt ist. Wie oft ist es der Fall? Vielleicht so drei, vier Mal im Monat. Und ich fahre sehr gern damit, weil es so ein bequemes, schnittiges Auto ist. Viel schöner als wir meins. Die Mitgliedschaft beginnt bereits bei 18 Euro pro Jahr bei Kosten von 1,50 Euro pro Stunde und 30 Cent pro Kilometer. Musik Musik Musik